Da will der Spastio mit dem Vita-Matic sein Es ist ihm ähnlich, dennoch er hat nicht eine Punchline Zieh dir mal das Bandene aus deinem Mund Du nutzt es nicht als Pop-Schutz, du dummer Hund Ich bin rausgeflogen, kam wieder ins Turnier Aber warum ist dein Racket, wie du bis Viertel kommst? Wenn die Hunden hochgeladen werden, wirst du nicht mehr wahrgenommen Also warum bist du der Medikverschnitt denn noch hier? Du willst der Limette die Früchte wegnehmen Wenn du damit ficken willst, such dir lieber ein Sexleben Denn es klappt mit solchen Leidens wirklich nicht Damit erzeugst du den Schein, wie ein Irrlicht Jo Digga, ich hab gegen Pyro verkackt, mehr kannst du nicht sagen Du hättest gegen Wissen verkackt, gegen die Limette verkackt Jetzt bin ich dran, dich aus diesem Turnier zu verjagen Ich gewinne gegen dich, ich treffe zumindest den Takt Ich nehme Hit als Vergegner an und frage mich wann Einer kommt bei dem ich auf was verstehen kann Und ich zumele in Spacke, welchen Zeitplan gehört Und außerdem wird der Kampf, lässt verschnittlich mit zerstört Ich nehme Hit als Vergegner an und frage mich wann Einer kommt bei dem ich auf was verstehen kann Und ich zumele in Spacke, welchen Zeitplan gehört Und außerdem wird der Kampf, lässt verschnittlich mit zerstört Die Leute finanzieren den Kampf, aber sie kreieren einen Fall Ich glaube, dass meine Mitglieder nicht kaufen würden, wenn sie für das Ich glaube, dass meine Mitglieder nicht kaufen würden, wenn sie wissen, dass wir für das Ohne BB 9 Bis zum nächsten Mal.